Leg dich nicht mit Dr. Chivago an oder Pferdekutsche des Todes. Oh, ich liebe diesen Film, er ist so romantisch. Oh, alte, Liesl, du bist voll nervig, ich hasse Dr. Chivago, das ist richtig scheiße. Aber wir können doch das Wrestling später gucken, du brauchst dich doch nicht aufregen. Oh, alte, halt die Fresse, sonst schlage ich dich gleich. Nein, das darfst du nicht, nein. Natürlich darf ich das, ich komme jetzt in Schlagbeck. Nein, au, nein, hör auf, ich gehe und nehme mir ein Taxi und komme niemals wieder, lass mich in Ruhe. Ha, von wegen, du kommst doch eh immer zu mir zurück. Nein, niemals, au, nein, ha, 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 ha.